Hier lang. Rechts. Wieso? Ja, wir sind schon da. So, warte mal. Lass den mal wegnehmen. Den Schamanen. Äh. Schamanen nicht. Seelen, doch Schamanen sind Schamane. Oh. God, really? Ich sleeper. Noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Brauchst du mir jetzt Kinderkorn? Wow. Ich lauf mal kurz. Was war das? Ich weiß es nicht. Wann das? Ich weiß es nicht. Auf immer war Schindsten weg. Ach. Ach. Kamp. Was habe ich abgekriegt hier? Euer Angriff auf den 3-2-10-Germane wird zurückgeworfen und fügt euch. Okay. Ein Spiegelschild. Schön, dass der Reset. Warte. Oh, der ist gleich tot. Sehr schön. Oh, der ist ja weggelaufen. Der hat ja immer machen können, ey. Feignase ich. Da liegt er im Dreck. Da liegt er im Dreck. Schlag des Schutzes. Ah ne, die Folterer, der macht keinen. Der zieht ran und so ein Gedöns, glaube ich. Und dann schweigt er. Und dann schweigen und so ein Scheiß. Jetzt kommt das. Ah ne, jetzt speist er in der Luft. Wenn ich mal mit. Was willst du denn von mir? Geh mir nicht auf den Senkel, du Hindernis. Muss man erstmal malen. So. Auf ein neues. Jedenfalls den Sanitöter. Ja. Ähm. Priester. Genau. Ah, verdammt. Also. Ich kann mich nicht hier und so weiter, ne? Oh, ne, ich will das Ohren strengen. Weil ich hab zu frühzeitig schon Pott gedrückt. Achterung, da ist noch eine Pott. Na, ich bin schon am Opfer. Ja, ne, ich hab schon Frühauf genommen. Alles klar. Ich bin schon am Opfer. Ich bin schon am Opfer. Ich bin schon am Opfer. So, das war der Okay, warte mal, lass mal den hier machen Sonst läuft er uns in den Garten Oh, ja Äh, ungünstig Aufnahme Wer, wer jointen hier eigentlich rein? Wer kann hier gerade rein joint? Der Asu Der Asu Ne, der Jan Hallo Hallo Tschüss Bist ja immer noch da Oh, was soll ich jetzt wirklich gehen? Alles klar Du kannst doch gerne bleiben Ja, kann ich? Was spielt der denn? Aion, ja hallo Welchen Channel hocken wir? Blöde Frage, Jan Blöde Frage Achso Das ist aber jetzt so peinlich Nö, Adi nicht Nö Aber die Leute kennen dich eigentlich gar nicht Ich weiß nicht, ob die die, ähm Let's Plays mit Ach, weiß ich doch nicht, ob sie alles angucken Ja, mit, 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 ähm Was haben wir zuletzt gespielt? Ähm Primal Primal Coinage, genau Ich dachte, da hat er total Lust Das spielst du immer nur Ach, stimmt, irgendwas war ja Okay So, ähm, ich bin da mal wieder Alles klar Alles klar Bist du noch länger da, dann kürzchen wir nachher mal Äh, ja, können wir machen Gut, machen wir das Ich bin irgendwo im AFK schnell Alles klar Juh, bis denn Bis denn User left your channel Spontan und unbehofft Ja, also ganz spontan Ja Lass hier ein bisschen und so weiter laufen Wir haben jetzt genug Platz hier, hoffentlich für die Kürze Wir dürfen nicht zu lange warten, sonst haben wir einen Respawn wie der Kann ich? Ich nach den anderen Den, den, den du machst, hält, bleib beim Boss und lauf mit ihm Und ich nehm den anderen Die separaten, die Japanwacher Oh shit Äh, ich muss mal gut Äh, Marmelade, Marmelade, da Bing Gut, ich nehm die Zapanwacher Nee Mach schnell weg Nee, nee Nee, 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 nehm den Ich mach die Du Boss, ich Zapanwacher Los Aber ich hol mir noch was Warte Hm, was holst du denn noch? Wiederbelebensstein, oder was? Ja Ihr wird haschvoll Gosh Gito Los Äh, Wiederbelebensstein Alles nehm Mh Kurz noch mal in zu sein Mh, muss reinfressen Oh, wie bitte was für Hey, ich hab hier auch Erhaufen gedünst Okay Oh, so, ich Boss und du Kleine Richtig, richtig Gar nicht Ja Gott Schmeiß auch Pötte und so weiter Bei Bedarf Ich werd hier Ja, ich hab Ich hab grad City Ich werd trotzdem erstmal den Kleen weggegeben Auf den Sack Ich hab ihn schon weg So, jetzt Na, ich hab ihn mit draufgeschossen Ja, 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 ja So gut Ich warte, es war doch nur ne Bestätigung, dass er jetzt weg ist So So, 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 jetzt klappt doch Wenn er nicht schlimmeres bringt Geht's Hm Eigentlich konnte er nicht allzu viel Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter hin an die Ecke Ja, nicht, dass wir Respawn haben Ja, vielleicht ein kleines Mühe ungünstig Oh, hindernis, ich kann ihn nicht angreifen Jetzt Was hat er denn jetzt auf mich geschmissen? Ne Ahnung Die, 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 die Und da lag er Sehr schön Ja, vielleicht hätt man es auch beim ersten Mal geschafft, aber Nu Nu ging Ne, was? Ne, was? So Parentor abgeben Äh, ja Hast du eine Rolle? Ja, natürlich Ähm Ist der in Heiron, ne? Ja Ne, das ist Wieso habe ich den Rollen nach Elian? Äh Wir sind auf dem Anfänger-Server Rückkehr ist ready Geh mal über den Fliegen, dann halt Ach, wir sind ja auf dem Anfänger-Server Ganz vergessen Weil wir die Anfänger von Dienst Anfänger von Dienst sind und so Na gut, fliegen wir über Jelle Paran halt Ist ja egal Na gut, geschafft Schön Abgeben Level up Tagesziel erreicht Yay Oh Und halt noch mal kurz am Rande erwähnt Ich weiß nicht, ob wir inzwischen wieder eine neue Folge sind Das ist alles noch eine Aufnahme Also wir, ja, wir laufen langsam Ich guck gerade mal 138 Gigabyte noch Platz Das heißt, ähm Über den Daumen Es ist noch knapp eine Stunde Aber ich wollte ja ein bisschen Puff machen Nee, nee, nee Ein paar Minuten haben wir noch Zeit, aber So wirklich Lust auf weiter aufnehmen Habe ich ehrlich gesagt heute nicht Weil das ist dann so ein bisschen Matsch Ein bisschen too much Nee, Feier Ja, die stürzt nicht Du hast ja die noch Haufen Arbeit Und musst den ganzen Klimbem schneiden Und machen und tun und hochladen Wann ist denn das überhaupt gedruckt? Äh Wohrschwerte Wahrscheinlich wo ich Ja, ja Wo ich wahrscheinlich schon in deiner Nähe war Oder so Keine Ahnung War ich schon mal mit eingesnackt oder so Ja, ist ja egal 45 gleich Dann werden wir noch, ähm Skillen gehen, ne Erstmal Inventar räumen, dann gehen wir noch Skillen Und dann gucken wir mal, ob wir noch was machen können Aber ansonsten Wird glaub ich demnächst, ähm, Sense hier sein Digma Na, Skillen brauche ich nicht, ich kriege erst mal 46 Ich hab genug Skills Äh, aber das Problem bei mir ist, äh, Stigmas Also Digma Quest Ja gut, die können wir ja noch schnell machen, glaub ich Und dann machen wir mal die Groggy Christ vielleicht noch mal mal Dann haben wir das andere Vorteil frei, ohne in die Gruppe zu gehen Level up Und hier nicht annehmen Ach doch Nicht annehmen, nicht annehmen Das ist hier mal, äh, hier allerdings ist das Interator bringen, gar nicht der General Ja, ich weiß Wenn wir da jetzt zustimmen, dann werden wir weggeportet Das machen wir einfach mal Ich weiß So, erstmal Leerräum hier Ja Ja Ganz wichtig, wir vor dir, komm mit Eieieieiei, so viel Klimbümmen Ja, weg, weg Oh, ja Fertigkeit erlernen Achso, die wollte ich, äh, fackticken können Ferticken Das Stigma Magische Prezi, weg, weg, weg Angriff Blocken, bla, bla, ma, das ist das So viel Klimbümmen Oh Klimbümmel-Dimmel-Dimm So, naja, 500.000 Haben wir noch Bei 800 rum Zack Wow Na, klasse So, ah, hier kann ich noch eine Münze aufmachen Okay Das ist die Karte Ja, knapp in der Mitte Das ist die Karte Ja, das ist die Karte